Hallo und willkommen zurück zu Getterland. Heute dabei ist der Daniel, der Max und der Bauer. Hallo, 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 hallo. Oder noch irgendjemand? Ne, ne. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab ein TS grad nicht offen. Auf dem zweiten Bildschirm. Wir können uns dann später auch noch verbinden. Okay. Ich bin natürlich auch geil gewesen, dass ich mir keine Schaufel gebaut habe. Leil da, Leute. Was denn? Ich bin mal hinter euch. Was denn? Ja, oh, oh, oh. Ah, da ist Wasser, da spring ich jetzt runter. Warte. Nein, tu ich lieber nicht. Jetzt rennt mein Fährt weg, weil die Leine ab ist. Nicht schubsen. Nein, nein. Boah. Doch, da ist Wasser. Das könnte man schaffen. Das könnte man schaffen. Ja, das könnte man schaffen. Ich bin unten. Das war klar, ich bin ja mal gesprungen. Krass. Krass. Ich muss jetzt erstmal ausprobieren, ob hier dieses Sneak noch drauf ist, dass wir auch schlafen müssen. Pass auf, das ist immer ein Lama. Ja, finde ich krass. Pass auf, Manni. Verdammt, das ist, verdammt, das ist Silber. Die anderen hängen alle in der Farbenwelt rum und ich bin hier oben in der normalen Welt. Ah, ich werd weggespült, ich werd weggespült. Da ist hier noch jemand. Hallo. Die sind Dias. Das hast du schon Dias oder was? Ja. Nein. In Folge 5 hat das ein E-Lager, Leute. Ich wollte es nicht gesagt haben. Oh, ist ja gefährlich hier rumzurennen. Warte, warte, warte hier. Lass uns mal was richtig geist machen. Lass uns so ein Gemeinschaftslager machen. Du hast sie gefunden. Wir uns alle miteinander verbinden. Redstone. Dass wir denn vier Leute sind, die das Inventar teilen. Bitte? Was ist denn das? Tesla Light? Was ist das hier? Alter, drei Zombies ey. Ich hab so ein komisches neues Material gefunden. Tesla Light hab ich auch. Redstone bitte mitnehmen, Gold bitte auch mitnehmen. Brauchen wir ganz viel davon. Jaha. Ich nehm auch schon alles mit, was ich hier finde. Ich nehm aber alles mit. Sulfur. Voll geil, Alter. Ich weiß noch nicht, wie wir jemals wieder zurückkommen. Ähm. Ja, nach oben springen, ne? Ich hab mir einen Home-Funk gemacht, aber das ist ja eine andere Welt gewesen. Also, ja. Ich hab keinen gemacht. Ich hab, ich hab einen am Portal. Äh, dich mach einfach hier einen Moment. Sulfur. Alter, das ist ja extremstgängig hier mit dem Mopsraum. Sulfur. Oh, die, ah ne. Sulfur. Ich hab, ich hab einfach hier eins gemacht. Irgendwo über uns ist das verstanden. Code tippen. Ja, diese Q-Shop sei hier. Das heißt, Mops sind aus in der Farmwelt. Ja. Äh, ich denk ja. Also in der Farmwelt gibt's denk ich keine Mops. Alter, hier kannst du ja einen durchgehend Farmen, Alter. Ja. Deswegen ist es ja auch eine Farmwelt. Ja, aber hier ist so viel. Ja, das haben wir doch in der anderen Welt auch schon gehabt, Training. In dem anderen Mob-Pike. Jaja, aber... Watershark. Ja, bitte auch mitnehmen. Hab ich schon. Für Soundcraft auf jeden Fall. Aber Soundcraft ist halt die Frage, ob wir das machen wollen oder nicht, weil Soundcraft ist echt mies geworden. Wer pustet denn dazu in sein Mikrofon? Das lass ich mal sein. Das ist nicht schön. So. Okay. Wir bräuchten allerdings mehr Eisen. Ich find das ja schon krass, dass wir sofort in die Farmwelt abtauchen. Wir haben immer ein Haus gebaut und schon Dias und so. Schon Dias, Alter. Ist ja immer so, oder? Ist ja immer so. Zusammen mit normalen Mikrofonen. Genau. Immer erstmal ein bisschen was besorgen und dann anfangen zu bauen. Weil du baust hier eh bloß immer ein Haus mit dem Müll, den du eigentlich mitbringst. Ja, das stimmt voll. Der ist aus DIA-Blöcken. Ich hab erst mal direkt neben dem Bauer einen Diamanten weggesnackt. Kass. Ja. Hier jetzt, oder was? Ja. Wo denn? Ja, hier oben. Ja, hier drüben. Alter. Was? Wo? Ja, ist aber schon weg. Eier Rache. Beinheit mich die Lava. Oh, ich bin Lava. Oh. Wasser, 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 Wasser. Was auf, das Lava, ne? Ja, das kann. Buddy. Ja, die Lavas wurde gerade angesprochen. Ne. Doch, der mich angesprochen. Doch. Nein. Ich hab nochmal die ausgewogen, in der Nitz 6. Lol. War sich das Lava? Ich brauche eine Eisbicke. Ich brauche eine Eisbicke. Oh, schon wieder Lava? Ich brauche eine Eisbicke. Man braucht keine Lava. Ne Eisenbicke. Ne, ich fahre mir hier mal so ein bisschen unter meinen GHS, ne? wir haben von euch noch mal eine Eisenspitze ich du siehst mich schon auf der Map oder nicht? warte boah alter da ist Lava ja ich Alter hier wenn du ne Query hinstellst weißt du wie viel Material du hier rausziehst oh da ist schon wieder Lava oh Alter und es geht einfach immer weiter ja Dorne jetzt erst ach Gott weißt du was es hier wieder gibt oh oh mein Gott Alter Ultimate Quantum Solar Generatoren ich sterb mich noch in Alarver das heißt also wieder ME Lager 3 Jahre am Kraften lassen Hybrid Solar Advanced Solar Ultimate Solar ja ich hab hier ein bisschen Tinn Low Voltage Solar 6 es sind sogar normale Rezepte alter es sind keine übertrieben harten Rezepte es sind normale Rezepte ok es sind normale Rezepte ja ich nehme ja jetzt auch schon seit gewisser Zeit nur noch mit Action auf ich hab oben immer die die Zeit drin stehen ok wie lange sind wir gerade bei 6 32 33 ok gut aber ich hab im Moment keine Zeit deswegen brauchst du wenn du mit mir aufnimmst nicht mehr ich hab's jetzt immer selber ok gut nach am Jahr hab ich das nicht mal geschafft ja sauber ich hab's jetzt mal aufn bauen alter übertrieben alter ich hab glaub ich jetzt ah ich hab über 1 stack Gold ey naja es geht hart ab ja ich bin die ganze Zeit nur im Farm das Mod Pack ist halt auch im Fokus so dass das diese das Botania Farmcraft und so die Zauber Sachen mit dem Krampstus zu harmonieren deswegen ist das alles nicht so hart das ME Lager ist halt wieder mit dem Suchen das mit dem Platten zum Pressen das ist dann härter naja was heißt härter bei bei die auf dem Server rumrennen ist das doch schon härter welche zu finden dann hier hat mal jemand Holz dabei zufällig zufällig? nö zwei Planks ich glaub nicht ach so Holz wär auch ne Sache ne oder ne Crafting Station äh ich geh mal ein paar Bäume abholzen und pflanzen wenn wir in der Farmwelt an damit wir was in der Farmwelt haben und nicht hier die ganze Welt abholzen müssen äh Buddy? ja 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 hätt ich ja dran denken können aber hab ich nicht alles gut wollen wir uns Richtung Heimat begeben? jetzt schon? ja hier ich bin dabei ja ich äh ja ich hätte jetzt gedacht wir machen jetzt Richtung ja weil so lange wir brauchen mal heim zu kommen wir brauchen nicht lange äh mach doch mal wait point ne ja ich hab ein anderer Ding ich wollte kurz noch lang freinen ich weiß wo's nach Hause geht auf welcher Höhe ist eigentlich der Ausgang? weiß ich nicht höher höher noch ein Stück richtig was da hinten da ist ein Vulkan geil ja den seh ich von mir aus wer ist denn hier neben mir? der Visu hä ne hau ab was denn weißt du Chris weißt du was es im Vulkan gibt? hau doch zusammen oder nicht? ich hab Emerald gefunden bin ich nicht gut ich hab gar keinen Plan was ist so was die Vulkan auf sich haben da kriegt man zwar Basalt her es ist ja immer wieder schön ein neuer Anfang in Minecraft zu machen ne? ja vor allem mit so einem geilen Projekt jetzt ne? ja ich mach die die Tasche ich empfehle hüpfen laune was macht ich empfehle hüpfen so meine Spitzage ist kaputt oh ich hab ja warte mal warte mal hier ich hab hast du noch eine? muss man grad Müll wegschneiden ne aber ich hatte Crafting Station hast du ja dann sag doch was Alter hast du noch einen Stick zufällig? ja ich hab sogar mehrere dann will dann will der Crafting Bench dropp mir mal eine bitte wir haben einen Rubin was eine ein Stick? ja bitte einen ich bin grad nicht in der Farmwelt nur einen oder mehrere Leute nur mal so als Info wenn ihr einen Baum abholzt wisst ihr wie schnell die Blätter decay ja hab ich vorhin schon gesagt das geht ganz schnell richtig geil so ich schmeiß mal grad Müll weg und dann komm ich auch gleich ich hab schon viermal ruby 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 ich hab acht ich hab sieben ich hab A siehste wir haben mehr ich hab sieben Badi hat auch gesammelt oh hier kommt Wasser da muss ich mich erstmal dran gewöhnen dass der Baum sofort weg ist boah Wasser hallo hörst du mal auf hier alles zu fluten oder was? jaja jaja ne macht er gar nicht mach jetzt ne warte ich warte ist es gut ich komm auch hoch warte Telefon ne das ist kein Telefon das ist im Fernsehen so Fernsehen Fernsehen höchst ne jetzt höchstern kann man eigentlich fährt auch in die Fahnen muss man ausprobieren weiß ich nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ne mit Chef steigt der ab das geht nicht wow so jetzt muss ich den Ausgang wieder nach irgendwie nach oben kommen wollen wir das Wasser ausmachen oder wollen wir es anlassen ne ich mach es aus mach keine Lava mach es halt aus ne nur noch ne 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 gut was ist denn das hier tungsten das kann ich gar nicht abbauen mit der iron pick ist tungsten ich habe gerade ein zombie gehört ich denke hier sind keine monster aber halt nicht extrem der wird immer größer alter der wird immer größer wotts lol also sonneficher sind das wort der fang ich habe drei herzen das der und das konnte ich bin tot ich bin tot geh weg bitte 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 geil komm halt her hier komm zurück renn zurück ich habe ihn nicht getötet da kommt noch mehr alter nee hier kommt gerade keiner das kann natürlich auch der nachteil sein dass das so ein bisschen mit magie ist das dann halt auch so eine op-overpostmonster spawnen oh digger leute entspann ich geh mal weg nein 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 also umso häufiger du schlägst desto nein ich spawne auf der kneipe warum ist hier warum ist hier lava in der kneipe unter der knall hier sind löcher mit lava lol achso doch doch da habe ich da habe ich ich habe lava reingemacht und slap und so eine halb so eine fasade drüber wenn man das ausgeleuchtet ist warum sehe ich die warum sehe ich die lava denn weil die dinger weg sind oder weil es rumbackt also diese komischen zombies sind diesen kraft hier oben alle wird sagen weil es dann rumbackt weil ich habe mir eine möglichkeit gesucht dass es hier ausgeleuchtet ist der weg und dass man das nicht unbedingt sieht und das war die beste alternative ah ok so jetzt muss ich irgendwie nach oben kommen bei gelegenheit muss ich mal das keeperloch hier reparieren das mache ich aber ein ja halt aufs grünen welche höhe ist denn ganz oben ich habe keine ahnung wo sind wir denn überhaupt drei reingegangen weil mich sind doch gleich nach oben hier sind wir weiter reingegangen ist eigentlich hier oben an der oberwelt alle ich brauche platz es wäre halt mal interessant wer jetzt ein bett hat von den leuten die hier oben sind weil eigentlich keiner ja du brauchst du wieso wieso bett ich weiß ich weiß nicht wie viele drüben sind aber weil weil die die in der farbe sind dass ihr eine andere will so jetzt muss ich nur noch wieder zu meinen dings kommen aber ich habe so viele ressourcen mitgebracht ich bin komplett voll ich muss schon aussortieren was ich nicht mehr brauche ich auch wir sind hier wieder hoch gegangen war da ist ja wieder so ein freak ja welchen oben ja ich hoffe auch dass ich das langsam oben bin alle ich bin oben ob der schlafte die schlafte nicht drauf dass man nur das man kann ja auf unserem aufstieg war sie hängig gerade drin ich mache jetzt am anfang mal teilzettel hier oben was ist das so heftig alter ich habe mich angezündet der pisser mann alter übrigens er wird einfach wie verderber ich würde einfach neu machen er hat aber so viel schon warum muss immer mir so was besitzen dann mit dem tod vom bauern können wir diese folge auch schon wieder beenden das ist aber traurig genau wir sind alle ganz traurig äh nicht und ich verabschiede mich schon mal wäre cool wenn ihr bei den anderen mal vorbeischaut ja schon alles ist in der beschreibung ne und bemitleidet den bauern mal so ein bisschen ne tüte mit neid für ihn ja und wär ganz nett ne und dann sag ich schon mal tschüss tschüss tschüss